Narzissen, Carlton, Blumenzwiebeln einpflanzen Narzissen werden als Zwiebeln im Herbst in die Erde gesetzt. Hauptpflanzzeit ist der September. Achten Sie beim Kauf auf pralle Zwiebeln. Meiden Sie schrumpelige Exemplare bzw. Packungen, bei denen Sie den Inhalt, d.h. den Zustand der Zwiebeln, nicht erkennen können. Narzissenzwiebeln sind empfindlich bei Staunässe. Sie können faulen und damit absterben. Je nach Bodenbeschaffenheit in Ihrem Garten können Sie vor dem Setzen der Zwiebeln etwas Sand in das Beet einarbeiten. Wenn Sie ausreichend Platz haben, pflanzen Sie ruhig noch einige zusätzliche Narzissen. Die farbenfrohen Frühlingsbuten halten sich auch in der Vase. Kaufen Sie im Herbst immer nur dann Zwiebeln, wenn Sie sie zeitnah einpflanzen können. Die Zwiebeln leiden bei zu langer Lagerung daheim. Wenn Sie in Ihrem Garten verschiedene Zwiebelsorten oder Arten kombinieren möchten, z.B. Tulpen, Osterglocken, Winterlinge, empfiehlt es sich, die Pflanzstellen entsprechend zu markieren.